Ich hätte es nicht vergessen, er wollte dich einfach nur richtig hart disrespecken. Boah, Alter, wenn du mich dubby amt hattest, Alter, puh! Puh! Disperspekt bin anders! Durch die Decke wäre der Johnny gegangen. Ja, wäre der alte Johnny rausgekommen, der noch Emotionen bei League hatte. Der rennt bitte runter, oder Johnny, oder was? Hey, warte mal, den gab's nie. Der Cancer, Johnny. Hey, warte mal, ich hab nie Cancer gesagt. Der... Waaat? Rollen weg. Stimmt, Johnny. Nee, ich war so einer dieser random Menschen, weißt du? Ah, fucking random. Fucking random, bla bla. Scheiße, 200 Follower hab ich bei 50k bei Twitter. Was, da hast du 250k? Nein, 50k. 50k. So, wannst du was? Na, sicher. Find ich supi. Tani hat ganz auch Bande, ne? Von hier nix aggressives. Na, sicher. Johnny. Ist aber auch eine klasse Team-Performance gewesen, muss ich sagen. Ja, super. Super. Toppa war das. Toppa! 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 Jetzt müssen wir noch Kaiser bannen, he? Ja. Ja. Kaiser müssen wir bannen. Ich würde sagen, wir picken die Citroani weg, aber dass ich noch da drin komme. Jo. Ja, sie müssen Citroani im Bootcamp war doch fein. Tem, willst du top gehen? Ja, ich Citroani. Mach ich. Oh, ich hab mir mal Mitte gelassen, mach das besser nicht. Graves top. Ich erinnere mich an das Talia-Game gegen Betsy. Ja, und ich mich an das Talia-Game gegen 400. So ein richtig guter, Alter. Irgendwelche Randoms. Ja. Jo. Geiß. Oh, die sind mal keine Irelia weg. Eieieieiei. Fanden sie die Camille schlimmer. Ja. Ach, da hab's ja noch nicht meine Irelia gesehen. Die absolute Terror. Hier endlich. Pick mal. Cicroani? Nee. Ah, da Cicroani Irelia ist insane. Können wieder für Jinx gehen, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt so früh zeigen wollen, wenn ihr keinen Prio-Pick habt. Irelia Cicroani vielleicht? Können wir machen, wenn du willst. Hamaki? Fick auf jeden Fall Irelia. Nee, aber ja. Fick auf jeden Fall Irelia! Ich geh Graves! Komm, Kelly. Fack mal. Fick dann Graves! Freunde, kannst du auch nur noch spielen. Ich, ich beuge mich fürs Team. Jawohl. Nur 11. Sekunden, ich muss eben kotzen gehen. Ich beuge mich auch, Leute. Oh, mir wird schlecht. Ich spiele Karma und Galleon. Ich hab auch keinen Spaß. Okay. Ja, das ist aber... Wer Zoe spielt, muss auch Karma und Galleon spielen. Jo. Für jedes Zoe-Game muss man einen Support-Champ spielen. Das ist halt nur drei. Kutscher, ich denk mir übrigens die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich ein Spell gedrückt hab, hab ich mir gedacht, wie du da vom Bildschirm sitzt und so, ah! Ah! Oh, nee! Johnny! Oh, muss das sein! So hab ich mir das die ganze Zeit vorgestellt. Ja. Karma ist halt gar nicht so einfach. Oder... Kann das schon eine Menge rausholen. Ja, ich hab... Hast du einmal Mantra-Queue im Teamfight benutzt? Nee, ich bin meistens für Mantra E gegangen. Okay, weil sonst hätte ich Krebs im Arsch bekommen. Ach so. Ah, ich dachte, ich hab das falsch gemacht. Ich dachte jetzt grad, warte mal. War das nicht so lang? Ja, ich dachte mir so, warte mal, hab ich's wirklich verkacken? Ah, ich seh... Ich seh mich hier auf einer Mokena, muss ich sagen. Dann haben wir nachher wieder kein Damage gegen die Tanks, ne? Ja, ich würd mich hier wahrscheinlich wieder auf einer Jinx sehen. Ich seh dich ja auf einer Kalister. Aber was bitten wir denn jetzt? Ich würd jetzt wahrscheinlich für die Jinx gehen. Ja, willst du jetzt sagen? Ich kann wieder Trash gehen, tue ja alles. Ja, aber guck mal einfach mal. Kann gut sein, dass ich das jetzt banden, ne? Aber wir haben ja... Jun, du hast jetzt auch Kevin 1 und Kevin 2 als Emo. War mal Cassio. Ja, da sieh ich. Kommt noch 3 und 4. Ja, geil. Ich liebe diese Riesen-Emoans. Ich auch. Feier mich richtig. Äh, wat 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 wat? Cassio, bitte. Was möchtest du spielen? Äh, weiß noch nicht. Ach so. Ich weiß nur, dass ich nicht gegen Cassio spielen will. Ach so. Ich seh dich wie auf einer Karma. Hier. Ja gut, jetzt hast du die Lane. Wir können auf Karma Lulu begehen, Alter. Huuh. Boah. Ja. Ich bin nice hier. Also, for real. Aber diesmal ein bisschen damage-lastiger vielleicht, wenn du nicht so behind bist oder ne? Ja, ja. Jena wär halt. Ich musste halt die Dapen, weil ich am Ende war, ne? Da drücken wir erstmal. Ohhhh. Diese Emero-Fehne. Was ist mit der Midlane Lulu? Wenn dann für Ori wahrscheinlich, oder? Komm, Midlane Lulu, Alter. Da seh ich mich richtig. Ori will ich dich aber auch sehen. Und ich... Wo? Mit dem Enemy-Junga nicht langweilig, so dreimal Zack in Folge? Ähm... Wann wollen wir noch bannen? Weiß ich nicht. Toplane. Ah ne, Toplane. Asiya kannst du noch bannen. Ich denk mal, die brauchen halt jetzt High-DPS-Jams, ne? Ne, Toplane haben sie schon, Tim. Asiya, Asiya. Asiya-Bahn ist gut. Ja, ja, ich hab's immer verpeilt, dass sie schon Toplane gepickt haben. Alter, vor allem, wir parken Sona einfach die ganze Zeit auf S und jetzt packen wir den hier auf die Hyper-Carry-Rolle. Lul. Und spielen das Game unseres Lebens. Lulu und Morgana picken wir jetzt. Wollen wir jetzt Morgana picken, um Potenzial noch flexen zu können? Und wir nehmen auch den, die Caitlyn Morgana-Lane weg. Ja, ja. Da ist übelgut. Junge, Sola. Danke, Alter. LCS. Da fällt direkt mein Handy runter an. So viele Sachen kann ich nicht gleichzeitig denken. Da ist ja Intelligenz sein und Sachen handeln. Das Schlimme ist aber, dadurch, dass Johnny immer Morgana spielt, wenn ich LCS Morgana sehe, ist mein Instinkt immer, ist ein Flex. Ja, spielt aber keiner, bitte. Ist auch Garbage, so wenn die Gegner... Ist jetzt das Omega-Mind-Game für die? Ist das jetzt Morgana-Mitte? Ist das jetzt Morgana-Support? Ja, Omega-Mind-Game, Alter. Boah, krassen Flex-Pick. Kann ich noch nie gesehen. Ist das Morgana-Jungle? Leute, ich spiel doch keinen Z. Och, da pickt er mir meine Lulu weg. Verdammt. Wenn das mit Kotlin-Lulu-Spiel mal Trash dagegen, oder? Ich hab halt nicht so viel DPS hinter deinen Engage mit meiner Jinx, ne? Aber du hast doch Traps, ne? Das ist ja auch schon cool. Ja, ja, aber das... Also der Damage ist halt irgendwie... Ich hab halt ein W, der 100 Charme macht, ein E, der 50 Damage macht. Und dann hab ich auch nur Tricks. Ich könnte auch für Nami gehen. Gibt's denn hier noch einen Supporter? Oh, lol. Ja, lass mal für Nami gehen. Nee. Zett! Kann ich schon kennen? Lol. A właśnie, die haben richtig kackt im Kopf oder Sett irgendwas Anderes? Naja, mit Säcker. So, hat er wir geschieben? Sett ist etwas Anderes? Niemand geschrieben, ne? Okay, na gut. Nee, die wollen halt komplett, ich hab am Kitsch sehr übeln, da ist an sich, aber Lening ist wahrscheinlich tot. Ja, fisch, ja, doch machen wir mal die Mal für Tarn, wir machen das. Ich muss jetzt noch gerne gegen sich, mal Gottes hat der ganzen Kumpel. Wir werden halt reingepusht, aber die sind halt übertrieben easy gankbar. Lulu, Caitlyn ist halt... Wir haben zwei Slows, wir haben Snare, wir haben Stunnen... Wir werden aber super safe spielen und jeder Gang muss halt ein Kill sein, sonst sollte kein Problem sein. Ey, ich weiß nicht, wie ich botlane gank'e. Echt? Habe ich noch nie gemacht? Na gut, das stimmt. Ich geh mal Pipi machen. Oder Guardians gegen die? Ich überleg auf Spellbook, aber Spellbook brauche ich aber nicht. Ich geh für Augment. Du kannst auch top pullen theoretisch, wenn wir 3 unbedingt ginken. Upsi. Also ihr könnt Red starten, wenn du willst. Wenn es euch hilft, aber ich glaube ihr werdet so oder so gepusht, oder? Egalo pull oder nicht, wenn beide nicht pullen. Oder? Ähm... Hallo? Ja, ich hab gerade kurz... Alter, warum antwortet mir keiner? War kurz im Handy. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ob, wenn keiner von euch pullt, Bottom, ihr trotzdem gepusht werdet. Na, also ist scheißegal im Endeffekt. Also wir werden... Das ist jetzt halt... Guck mal, es ist quasi... Wenn wir keinen pullen... Wenn wir nicht pullen, die pullen, dann haben wir die ersten 3 Ways Push-Pusher. Und danach werden wir reingepusht. Aber die werden ja wahrscheinlich nicht pullen. Wenn wir pullen und die nicht... Wenn wir nicht pullen und die auch nicht pullen, dann werden wir direkt reingepusht. Also ich denke, es ist fein, dass wir diesmal pullen. Okay. Gut. Wenn ihr Toplane irgendwas machen wollt. Ja. Alter, der spielt schon wieder Sile mit Grass. Was ist denn dat? Was ist denn dat? Das friggert mich die Norm. Was ist denn? Also... Der Sick wird wahrscheinlich... Ne, der Sick wird wahrscheinlich gar nicht Botlane ganken. Außer wir sind ultra low und diveable. Midlane ist auch super schwer zu ganken. Ja, der wird wahrscheinlich, wenn dann nur Top umgammeln... Da solltet ihr V2 wahrscheinlich sogar gewinnen, oder? Ja, ja. Okay. Also das Spiel macht Topfokus. Omega Pokers, Alter. Ich hab jetzt Omega Pokers als Emote. Echt jetzt? Jo. Mit Andreas Keeling. Keeling-ing-ing-ing. Ja, dat Midlane Matchup ist übrigens nicht so cool. Das ist denn jetzt hier nicht so cool. Ja, so wie dat mit Mugenheit ist, ne? Du musst doch die ganze Zeit, oder? Mit B? Äh... Alles gut geht, ja. Kutscha, Sol hat gesagt, ich kann easy Bot Set starten. Ja, diesmal ist okay. Okay. Ja, guck mal, ich weiß, was du meinst. Aber wenn die auch nicht pullen, dann haben wir auch keine Pressure. Und wenn die pullen und wir nicht, dann haben wir halt zwei Waves Pressure, dann ist das... Okay, also wir spielen rund um Topside, ich war aufm Klo, aber ich hab alles gehört. Keine Sorge. Ja, ich glaube, ist halt wichtig, dass Kevin diesmal die Pressure kriegt. Direkt von Anfang an, weil... Also alle anderen Gangs sind halt gefühlt echt ungankbar. Also Midlane ist gankbar hier. Ich meine... Habt ihr nicht gerade eben noch gesagt, Botlane ist easy gankbar? Ich meine, wir sind ungankbar! Mhm. Ja, außer ihr steht hier. Was ist denn? Was? Kommt Kutscha. Sehen wir uns in vier Minütchen. Ja gut, lass auch wieder mit. Ich bin's immer schön, dass wir hier einfach konsequent nie scouten. Scouten. Scheiß drauf machen die, wenn die nicht covers, kannst doch nicht engaged werden. Jo. Sorry. Ach Leute. Ach Leute. I don't need their blessing now. Dass in meinem Leben mein Karma-Game nicht gebannt werden würden, ne? Das hab ich auch nicht. Vor dem Tag heute hab ich wahrscheinlich tausend Games lang keine Karma gespielt. Ich glaub ich hab direkt einen Win. Tausend nur. Also ich kann mich halt an kein Karma-Game dieser Welt erinnern, ne? Das muss man halt auch mal so sagen, aber... Das ist aber auch dumm. Okay. Wir haben nicht gepullt übrigens, ne? Wir haben nicht gepullt. Keiner Meinung nach, dass ihr habt das stattdessen. Deswegen hab ich sie ja gespielt, ne? Ich bin ja ein Meta-Slave. Schön. Frag mal, wie ich mich grade fühle. Ich bin halt immer Minas-Slave. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal einen Tank gespielt hab. Ich glaub im Boost-Camp. Boost-Camp. Ich weiß nicht, weil wir das letzte Mal den Push auf der Bot-Lane hatten. Ich glaub 2015. Ich glaub 2003. Lol, Tim, du übertreibst immer voll. Du bist voll dumm. Wurde der gestartet? Wo kann der sein, der Sek? Der Top-Side gestartet. Aber der macht immer diese delayte Route, ne? Ja, der ist ziemlich slow, ey. Du mir jetzt aber erstmal Bot-Sec-Kraube für euch. Und geht dann Top-Side-Pass. Ja, der macht den Red Buffs zu spät. Ja, ja, der hat alles gemacht hier. Alles weg, Johnny. Das ist so supi. Komm, wir gehen mal Deep-Born. Wart dir. Ne, ne. Muss junglen. Ja, wir wollen nicht Deep-Born, ne? Hat der ja andere Player. Ich wollt nur das und das, damit ihr ein bisschen... Er kann nur über Try-Bot kommen. Ja, wir werden eh hier reingepuscht. Wie gesagt, hier passiert nichts. Das war jetzt natürlich irgendwie boring. Okay, das ist schon ein spaßiger Champs so gegen zu spielen. Ja, das ist schon mal gegen Cyan. Dann weißt du, was spaßig ist. Ja, das kann ich mir eh nicht spaßig vorstellen. Nur, aber wenigstens spielen ja nicht mehr alle Komet, ne? Ja, ein bisschen Grasp. Ja, was das soll, aber... Was ist denn los mit mir, Alter? Was sind hier... Ich mach hier Qs, Alter. Muss der reinflashen, damit die hitten. Deck unten, habt ihr gesehen? Ne. Wo? Der war hier gerade zu sehen. Okay. Ja, wir werden halt kurz reingepuscht. Vier erwartet, ne? Ja, ja. Er sagt früh genug Bescheid, wenn wir wegen Turid langsam machen. Ja, ja. Der hat 500 Damage erst gekriegt. Ich kann halt auf jeden Fall ganz gut gegen pushen. Beziehungsweise, wenn die halt hart pushen wollen, dann können die uns nicht poken. Nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben hochkommen sollte. Ich weiß nicht. Der macht nicht so viel Schaden, wenn er Spats raus hat, aber... Ne, ne, der spielt hier passiv. Der wird resetten. Okay. Na gut, der ist relativ low jetzt. Ja. 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 Ich muss ja noch Rapper nehmen. Aber ich habe noch Rapper, wenn ich einen Kannon levels noch wrap habe. Konzentrier dich, Mensch. Der Heerbond ist ein Bot tönt, und gleich ziemlich aggro spielen. Cannon sind jetzt... Ja eben, aber seit fazit ist bis jetzt doppelt zu viel. Komm jetzt runter, oh, Zak hier. wir können aber nicht machen also wenn ihr nicht nur wenn die mungen sagen wir so viel machen ist das problem die wohnen ja nur lodo kann auch wirklich auch das ist doch ein joke der hat noch flasher fast um die kette pass auf ne ich kann nicht vor die ist passive ich komme da nicht so nahm ich jetzt erst mich nur behind next wave hat sie bf ich auch wow der tv halt da wie der tp save da hast du den set gesehen ruf runter sind muss unter 8 kaitlin komme ich kann nicht reingehen wir sind so weit vorne angeleckert jetzt kommen die enthören wollen die werden hören wollen ob es überlobt er kennt sich ja noch keine mit ich kann nicht mehr mit das haben wir etwas pushen bitte ich hätte jetzt könnte jetzt anfangen zu müssen was wir die oder ja das ist miss kärbel dass einer beck gehen einfach weg bitte kann es auch pushen weil sie uns nicht bekommt also sehr passiv raus das perfekt jetzt für uns ja das war richtig nice mega aber sagt müsste glaube ich noch flash abhaben jetzt auch kein flash und keine die ist jetzt ein friedkiller unten eigentlich ja die wird gar nichts mehr weg hier ja das ist so lächerlich dass er das level 6 während wir fighten kriegen ich glaube ich kriegt die welt nicht ganz gepusht also kann entweder frisen oder die am weg ich muss da halten gehen nie weg einfach eine legende jetzt gucken ob du den problem abbrechen kannst die hat halt kein bf ich bin so hätte es halt nicht schade mann ich will rein gehen ich kann es da irgendwo noch ne der hat aber keine pass ja ja der will vielleicht rein aber auch nicht stimmig nice nice die gerade solo killt ja fucking kippt alles klar leckeres die frostdune aufs haben ist so widerlich ja gut wenn man so dumm ist sich davon kann ich den autorex ist ja ich habe nicht zu gucken wer zu sagen wir waren die medien sichtiger wir kriegen jetzt guten botdamage gerade am turret weil die nulle wird in 20 sekunden das frühste sein ich spiele jetzt meta das heißt ich gebe auch los ab oh krass ich hab das mal öfter ich nehme dicken fürs team wir haben half turret bot gekriegt ist richtig gut nice habt ihr schon aufgeholt ja überholt sogar ach das ist immer noch eine pain in der est krass was so ein gang ausmacht ich seid ja doch eine gute botland komisch sonst sterbt ihr immer 2 gegen 3 ach du setz 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 move ada ja das ist ja komplett auf penetration aus naja der geht nichts ab na fuck zweimal das deck doch doch gar nicht nee das ist eben dumm der hat gefailt der wollte sich einen warhammer kaufen ich hab den ich hab den ja ich komme ist einfach jeder fix dir dieses pisswort ist im busch ich bin tiefen entspannt machte keinen stress nur danach direkt botlen kevin kevin ich komme ich habe 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 eine ich habe ich habe ich habe einen ich bin von hinten rum ich habe ich habe die 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 thema die thema die die ma ich nehm auch schon mal nicht runner bei hallo Ich hab da nichts zum Backup! Wir haben TP gekommen. Der ist mein Ultimate geflasht, der fickt Mowgli. Ja, aber dann sagt entweder nein oder doch. Ja, dann sagt nein! Wenn ich fünfmal sage, dive! Nö, ich hab gar nichts gesagt! Kille, 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 Kille! Vorsichtig, ich geh base. Ja, ja. Nein, ich hab fünfmal gesagt, dive, dive, dive! Keine Reaktion, ich wär auf Ulti. Ihr geht weg, alles klar. Ja, ich dachte doch, dass wir Sinn kriegen, aber... Als du dann reinkamst, war's glaub ich schon ein bisschen spät. Ja, aber wir müssen ja auch reden! Ja, müssen wir, hast du? Hast du deinen hier, vergesst du, oder wat? Ne, ne. Ne, ist das Kunde 10, würde ich. Nein, ne, ne. Achso. Du, oder? Ja. Ihr könnt immer nur mit Ulti runterkommen. Ach ja, stimmt, ja. 10 Minuten wird leider. Jam, 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 jam! Das schmeckt, du! Nabi! Z könnte kommen, ja. Ne, ne, das ist Pop-Uster-Base. Das ist der selbe wie ich. Jam, 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 jam! Was passiert hier? Alles klar. Ich spiel Seju, Kucha, Tam Kench. Und wir gewinnen! Und wir gewinnen, Alter! Wir gewinnen 2v2 mit Tam Kench! Weide, 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 weide! Ich wollte grad sagen, 2v2 wär schön. Oh, die wollen jetzt mal ein-droften, die Pissern, oder? Deck ist unten. Ignite-Buff? Du dumm... Ey, Johnny, entspannt. Ich mein, der escape mit 4 HP, stirbt dann am nächsten Ignite und schreibt, wow. Wow. Was, wow, du hast reingekackt, hast du! Vor allem, das ist so ein Kommentar wie so, ja, bei jedem All-In kalkulier ich exakt, wieviel Schaden ich kriegen werde. Und die 20 Schaden mehr von Ignite, die hab ich halt einfach noch nicht gemacht. Du auch? Ja, das passiert mir leider sehr häufig. Ja, bei mir auch. Seien Sie kommen, warum ich nicht hier triffst? Ja, ja, warte, ich kann ja das auch halten, denk ich. Lulu missen, okay. Wir haben es auf jeden Fall zu. Oh, der geht wieder ab. Oh, oh! Oh, danke schön, Säck! Loll! Lulu immer noch miss. Ey, Lulu miss, Lulu miss, Lulus! Oh, schönes Ding! Ich renne! Oh! Ne, den krieg ich nicht mehr, oder? Warte, der kommt hier nochmal junglen? Oh, da kommt der Jinx ult! Oh! Zu früh! Kann das sein, dass er nicht als Champion fehlt? Ich hab gleich ult? Oh! Ich glaub, die Blobs sehen nicht als Champion! Nice! Lul! Kannst du durchspuschen? Nee, ich seh die Blobs nicht als Champion! Okay, was machst du mit denen? Ja, ja, dann hab ich gar nicht gedacht! Oh, das ist ja mit dir aus! Also, da kann die Jinx ult! Ja, die eine, die hat gegen mich Level 3 geinted, die war nicht so stark letzten Cup! Und das ist die zweite, die ich sehe! Kevin, willst du nochmal unten gehen mit meiner Ult? Hey, wenn du mich abholst? Klar, ich komm rum, Alter! Kannst du da top laufen, Johnny! Das hier so hin! Hey, Caitlyn hat keinen Flash! Caitlyn hat keinen Flash diesmal! Bro, das passiert gerade das, wovor ich Angst hatte! Warte, 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 warte! Ich hab Spaß daran! Seht schon an, die zu spielen! Oh nein! Warte, ich mach den Wardcam, dann gehen wir dafür! Okay, ich push noch schon rein! Der Set hat ult! Lul ist nass! Okay, bist du bereit? Ich push einfach rein! Ich push einfach rein! Komm! Ich komm! Oh shit! Ich glaub, wir sind nicht ganz in Range! Doch! Oh! Ich tank! Ich kann dich essen! Was sein will? Tipeen, glaub ich! Ich tank noch einen jetzt! Okay, ich bin raus! Haben wir! Nice! Weil sie hier Moven! Ich hab Backup! Kannst du die Rave noch ran holen? Du kannst in der Mitte ran, Johnny! Scheißabtok! Obwohl, ne 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 ne! Pass, pass, pass! Die wollen in der Mitte pushen! Kommst du gut, Kutcher? Ich komm, ja! Ich komm auch mit! What? Wollt der? Wollt der? Wollt der? Wollt der? Ich glaube ja nicht! Hä? Der hat noch Ult! Ich dachte, der hat mich schon goldet! Ich dachte auch! Der wird spocken! Hä? Ich dachte auch, der hätte mich goldet! Das sah voll komisch aus! Egal, nice! Das war's! Double kill! AD Carry! I take one for the team, ne? Ne, ich hol mir die Mitte, Tom! War gut, ne? Die werden hier spot hard pushen! Mach dir keine Umstände! Du hast wieder Ultimate ab? Oder ist Back? Ich hab noch nicht ab, eine Minute! Ich dachte schon, Alter! Hol mich doch mal nach Taxi! Das ist übel geil mit Toplane einfach runter! Taxi, Alter! Das war'n keiner mit! Du Taxi-Tab-French, Alter! Taxi-Tab-French! Mal kennen die! Weil das ist so eklig dagegen zu spielen! Weil jedes Mal, wenn du ihn nicht siehst, musst du damit rechnen, dass er einfach kommt! Ah! 45 ult, ich hab' jetzt gar keine Summs mehr, aber... Ich komm' runter! Ich hab' 30, ich hab' das Ultimate, mach' jetzt mal weiter! Komm' runter, ich renne! Catelyn hat auch immer noch keine Summs, aber bald wieder wahrscheinlich... Bottle wird es noch HP spielen! Spinn' ich jetzt hier Toplane-Mogena? Ist das so? Ja, ne? Ja! Ich bin Roma-Kidl-Assassin! Hier! Ich komme! Nö, ich nicht! Eieieiei! Eieieiei! Iria ist ja gar nicht bastelt! Warte! Komm, da links! Komm, da links! Ah! Oh! Oh mein Gott! Jesus, Mann! Können wir den Bot-Tirret geben? Können wir den Bot-Tirret geben? Das ist die Syllagy hier! Binagy! Jesus! Unmöglich zu Last-Hit gegen Iria! Set miss, ne? Set miss! Der ist hier! Also raus! Wir nehmen Tyret! Wir nehmen Tyret! Was? Hast du noch was? Wir sind zu zweit nur! Wir sind zu zweit gerade, ne? Ja, das passt! Die sind alle tot! Passt! Z-Flash! Ult ready! Ja! Zack hier! Komm bitte! Ich komme auch mit! Wir gehen für T2-Bot! Wir gehen für T2-Bot! Nein, nein, nein! Wir gehen für T2-Bot gerade! Ich komme, ich komme, ich komme! Teleport! Ist dingst! Oh! Shit, Alter! Du hast keine Minions! Hier, der Sack! Ich bring ihn euch! Ult! Alter, das ist ja komplett das! Ich neid! Ich glaube, die werden freuliche Räder gewann zu haben! Den habe ich! Schlecke tot, mein Junge! Runterschlucken! Der schmeckt, Junge! Der schmeckt! Ja, lass mich sein! Wir haben so viel Cash gerade! Junge, wir überrennen die komplett! Shit! Ja, weil du mal einen Tank spielst! Nee! Weil du die Bot-Länge gankt hast! Einmal! Das kann so einfach sein! Mach keinen Spaß! Nö! Keine Lust mehr! Nächstes Game wieder Lee Sin! Weißt du, du musst mit Lee Sin zehnmal besser sein, um die Hälfte des Infektions zu machen! Voll behindert! Vor allem, wenn Anlucky gute Laune hat, dann muss ich den sofort müdes VD zu mir lassen! Dann ist das Game, halt! Dann ist das Game, halt! Das ist einfach die Lache! Das ist immer insane, Alter! Vor allem wird er immer lauter so! Alter! Alter, Alter! Ja, ich hab auch richtig viel Spaß! Ja, ich hab echt sogar Spaß mann, das ist nicht gut! Das klingt schlecht auf meine Pics aus! Nee, nee, ich find' das super! Kevin, 30 Sekunden ist das Taxi wieder am Start! Jawolle! Dann reformt ihr mich jetzt! Weißt du, du hast Superstar-Top-Laner Kevin und willst nicht Tank spielen! Weißt du, ey? Jaa, keine Ahnung! Das ist wie wenn ich gut wäre und Kutcher trotzdem keine Jender spielen wollen würde. Na gut, können wir doch mal reden wenn der erste Fall eintritt. Ja sag ich ja. Wollen wir Dregner mitnehmen oder Harald? Das ist Harald oder? Nächstes Spiel spiel ich einfach Mailfight Mitte. Ich bin auch jetzt jeden Fight eigentlich. Ich glaube der ist gar nicht so kacke aktuell mit den AP-Buffs. Ne der ist hart gebufft worden. Wer? Katus? Mailfight. Hier der Settel 1v1 ist, ist mir kackegeil. Mach das. Pass auf da, das ist ein Lerner. Den kann ich halt wirklich 1v1, das ist das lustige. Der kann ja auch wenn er einen Chapin gepickt hat oder so. Das ist mit Taxi, wer möchte ein Taxi? Neh mich. Ich würde eigentlich auch ganz gerne mal wieder. Komm wir fahren mal zu Kevin, da ist ne neue Bussergestellung. Was ist denn der Kopp, 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 der Kopp für T2. Mach die Mitte. Achso, der braucht gar keine Hilfe da unten. Hat kein Kopp, was ist das denn? Wach. Ey voll komisch, warum klappen Metapix eigentlich? Komisch. Ja oder? Ja. Dann ist er tot. Der schmeckt Jungs. Der schmeckt. Nö. Ah du Pisser. Ja Jungs, nerf, ist ein spannendes Spiel Also Toplane T1 hab ich gleich Ich hab Infinity beim nächsten Deck Zack geht für seine Würfe Will resetten Ah, Zack ist hier gerade Ja lass den Drake damit Dann haben wir uns nix ab gerade Frau Trainings, jetzt bitte keine Kids mehr Danke Kein Ding, ich kümmere mich drum Der Ding ist mir echt Bock Geister, du kannst halt nicht so weit hinten chillen Und dann beim ersten Kid einfach komplett auslassen Das ist richtig nice, das macht nicht Bock Richtig nice Wollen wir da rein reiten? Komm! Komm! Die nehmen mich, warte Warte, 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 lass mich die links rein Ich hab die Biene, ich hab die voll hinter dir Okay Ich renner, hier mal senk Ja ich komm, ich komm, ich wieder gemacht Die kommen in meine Arme Jute In meine Arme Perfektes Ding, Jungs Das ist das Merkro, was wir brauchen Alter, das ist ja... Wir nehmen die komplett... Ich flash da hinterher Mach das Warum, warte, warte Hier, Caitlin Was? Das sind ja doch nicht welche range Habe ich, ich komme Oh, jetzt kann man alles Das ist ja mal Das ist ja mal Oh, was? Der ist dann, der ist dann Ich take das noch Oh, ich darf den Kill haben Ja, der Wichser Ich wollte die Kate den killen, Mann Oh, warum hab ich denn den Töter, komm Warte nicht Ich hab das auch nicht ganz mitbekommen Ich glaub ich hab den Design passive steil in meiner Pfanne Können wir bitte tanken? Ja, schwierig, nice Ich hab UL in den 3, warte, hier Z hat wahrscheinlich auch UL, ne Zack Z, Z, Z Oh Boah, danke Flasch doch besser mal, ne Oh, Aua Scheiße Raus Nicht für supi Was ist raus hier Wollen wir noch Ocean mitnehmen? Vielleicht nochmal für die Caitlin zu haben Hat dabei Bock Ich hab nur ne Nee Echt nicht so, sorry Johnny Gar nicht, nee, gar nicht Nee, nee Spasti Dummer Scheiß-Koll Fick dich Oh, ein Gut, das war ein bisschen müde Bisschen Bisschen Hatter, Leute Bisschen Saft Hatter Ja, kannst du dich an die 420 Sätze nehmen, ne Ja, komplett Schönes Black Shield Bist du eigentlich safe, oder? Ja, du, hör mal Also fehlt dir kein Druck aufbauen, aber Ja Erstmal noch Zeg Ulti Erstmal noch Zeg Ulti Kate darf den Kill dich haben Ja Näschen 35, ne Warten wir auf Johnny und dann preparem wir den Scheiß Hier wird's natürlich wieder keins Flash leider Dies ist etwas unglücklich Du kriegst auch ein Passive Stack durch deinen E auf Minions, ne? Ja der hat sich jetzt nicht gelohnt 0 tode ich jetzt war hier was ist mit dem taxi bis ich habe keinen flash ich brauche unbedingt den wehenfalls nicht irgendwelche anderen klatschen denken nicht gleich hinter den set machen wenn wir drauf gehen das einfach direkt ob genau hier ist noch was willst du darf nicht alles muss sein der moment der ist es nicht wert einmal kurz wieder nicht erkennen ich habe ihn auch nicht nur dort wird im moment der eigentlich aus anstand gelassen was sagt dass ich gar nicht ergeben sollen sie machen ja sein können oder seite kommen ja 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 die wollen die wollen die wollen die wollen das geht auch ein jetzt finde ich finde ich finde ich ja weg auf weg auf weg sein 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 wenn ich sage ich das geht für mich das geht für mich der ich die hoffnung nehmen wir den basis da ein bisschen kaputt geht ich hab gar nichts mehr ich will noch mal für mich gehen wahrscheinlich was ist denn das für ein deutscher kathleen louis space kathleen louis space ist irgendwas ab außerdem sterben an der welt der sack ist nicht weggegangen ach holt ihm auf ist das bei ex kevin nice ja gut job ne ja gut job aber ein tot hast du jetzt doch zu verbuchen gehabt schade aber der hat auch dich geholt in der set jo der hat richtig da gewartet hast einen mitgenommen er ist mein omega poggers im chat er ist mein omega poggers er ist mein omega poggers ja ne Prost Mahlzeit Jungs da war warte das ist das ist das ist